Meine Herren, sitzen Ihre Pappnasen sehr gut, pro Person nur einen Dämonenfusel, okay? Und halten Sie Ihre Fliegenklatschen immer schön griffbereit, das ist sehr wichtig. Die Sonnencreme erst im Reich der Schatten auftragen. Und in der Unterwelt herrschen andere Psychodruckverhältnisse, meine Herren. Deswegen haben wir Ihnen den Knigge mitgegeben. So, zusammen kleben, gradlinig keine Extras. Wir steigen jetzt über den Drachenschlund ein. Los geht's! Was ist denn das für eine lächerliche Reiseleitung? Über welche Hochpauschalfinanz-Extremsport-Agentur haben Sie gebucht? Aber meine Herren, ich bitte Sie, mehr Diskretion! Unter Hochpauschalfinanz-Extremsport versteht man das Überschreiten marktsportlicher Grenzen. Hochpauschalfinanz-Extremsport bedeutet für den Reisenden eine extrem psychomagische Herausforderung. Und ist oft mit hohem Risiko auch für die Allgemeinheit verbunden. Hochpauschalfinanz-Extremsport wird einst und oder in kleinen Gruppen manchmal fernab der Öffentlichkeit. Manchmal mit großer Medienpräsenz durchgeführt. Und ist in vielen Formen auch illegal. Illegal, 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 illegal. Das Wetter. Ja, also Alpha-Männchen-Krähen auf dem Mist. Das könnte sich zu Höllengärter zusammenbrauchen, wie wir hier sehr schön sehen können. Und ja, nichts bleibt mehr, wie es ist. Allerdings günstig, sehr günstig hier zu sehen, wie innenlos erscheint immer. So, hier treffen Kolabodaten-Teams auf Dualitäten hoch. Das erzeugt eine inzestiöse Wetterflachfront, allerdings nur für mentale Auslaufmodelle. Hier lang, nein 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 hier lang geht's lang, nein hier, nein hier. Was? Was war das, meine Herren? Wo steckt denn die Reiseleitung so plötzlich? Wo steckt die so plötzlich? Blinde, die Blinde führen, Blinde, die Blinde, die Blinde führen. Hallo? Hört uns jemand? Meine Herren, wir haben uns verlaufen, wir haben uns tatsächlich verlaufen. Hat noch jemand Dämonenfusel? Aua, lassen Sie das, wieso schlagen Sie mich mit Ihrer Fliegenklatsche? Und da muss ich Sie eben verwechselt haben. Grässliches, kaltes Licht hier unten. Schlechter Veranstalter, der wird sofort gekauft und wieder verkauft. Was sagt der Weltempfänger? Hallo, liebe Hochpauschalfinanz-Extremsport-Freunde. Auf Platz 1 im Höllenstadel, der neue Vorschlag. Die längsten Panflöten mit dem Titel 27 Kilometer Ringtunnel. 27 Kilometer, the last piece of the ring and the ring of fire. Fire, fire, fire. Was soll denn der Mist? Wo steckt dieser Idiot von Reiseleiter? Ja, und wo stecken die versprochenen Huren und all das? Mir ist kalt. Mir ist so kalt. Aua! Scheiße, wo steckt die Reiseleitung? Hey! Wo sind Sie? Wo sind Sie? Lächerliches Bühnenbild hier unten. Das soll die Hölle sein, meine Herren. Lächerlich. Achtung, Achtung. Sie befinden sich im Teilchenbeschleuniger Sektor 23. Sie bewegen sich auf 9.20. Achtung, Achtung. Sie befinden sich im Teilchenbeschleuniger Sektor 23. Sie bewegen sich auf 9.20. Wieso Teilchenbeschleuniger? Wir haben doch Hölle gebucht. Wieso Teilchenbeschleuniger? Wir haben doch Planet X besucht. Teilchenbeschleuniger. Wir haben Planet X gebucht. Daily News. Wie wir soeben erfahren haben, ist unsere international besetzte Hochpauschalfinanz-Extrem-Sportreisegruppe in diesem Moment im Inneren der Hölle gelandet. Die internationalen Wettquoten über Holy Share Investment, ob es sich hierbei nur um eine Werbekampagne oder eben doch um die echte Hölle handelt, stehen weiterhin bei 50 zu 50. Ja, liebe Zuschauer, machen Sie jetzt Ihren Einsatz und bleiben Sie gesund. Die meisten Hochpauschalfinanz-Extrem-Sportler betrachten Ihren Sport nicht als extrem. Viele bezeichnen ihn sogar als Familiensport. This commercial was sponsored by Human Rabatto. Human Rabatto. Weißt du, wie ich mein? Die Jagd nach den Gottesteilchen beginnt. Wieso? Wir sind doch schon da. Doi, oi, oi, oi. Was soll denn das schon wieder? Ja, wir haben Hölle gebucht, meine Herren. Wir wollen Nutten, Drogen, Champagner, das volle Programm. Was ist das hier für ein Quatsch? Weißwesten-Extrembügeln ist eine ausschließlich im Dunkeln ausgetragen Extremsportart mit dem Ziel. Mittels eines heißen Bügeleisens, eines Bügelbretts und einer Bibel. Sein korruptes Dasein schrankgerecht gerade zu bügeln. Gerade zu bügeln. Hallo, Reiseleitung, wo sind Sie? Hey, hey, scheiße, fehl mal. Mich frisst mein Schatten auf. Hey, hey, der schluckt mich einfach weg. Hey, hey, hau ab, du Biss. Hau ab, du Biss. Hau ab, du Biss. Hau ab, du Biss. Schwarze Löcher. Hickposom. Linde, die Blinde führen, führen Blinde, die Blinde führen, die Blinde führen. Nichts wie weg hier. Los, drücken Sie endlich den Notruf vom Checkpoint. Hickposom. 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 Hier, Checkpoint. Okay, holen Sie uns sofort wieder rauf, wir brechen ab. Hickposom. Hickposom. Präzisieren Sie Ihre Aussage hoch, pauschal Finanzextremspartler. Abbruch! Notfall! Sie sollen uns sofort wieder raufholen! Wir brechen ab! Sofort raufholen! Verstanden! Ihr Checkpoint. Öffnen Sie den Notumschlag und ordern Sie eine Pizza nach Vorgabe. Over. Lieber Teilnehmer, dieser Anschluss ist vorübergehend nicht mehr erreichbar. Wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Kundenservice. Pizza? Over, over. Over, over. Du bist auch gleich over. Okay, hier, wir sollen auf diesen Anwaltknopf drücken. Alles Atlas, LSC, Super Smasher Pizza Service. Was können wir für Sie tun? Wir rufen gerade aus der Hölle an und sollen eine Pizza bestellen. Warum, wissen wir auch nicht. Hören Sie, wir müssen hier raus und... Mittagstisch nur ein Gericht, Fungi, Black Corn, XX Lash, All Size Family. Welche Beilagen? Was denn für Beilagen? Französisch, Griechisch, Pädophil. Pickelhauben, Kindernutten, Extra. Von allem alles bitte. Danke für die Bestellung. Wie bitte? Was habe ich eben bestellt, mein Herr? Was läuft hier eigentlich? Teilchenbeschleuniger, Teilchenbeschleuniger. Indianer! Was ist denn jetzt los? Da, ein Indianertipi. Nichts wie rein da. Blechgesichter. Ihr seid schon genug zerschleunigt. Hau! Habt ihr Häuptling Jean-Emile Charrault nicht zugehört? Das Buch heißt, Der Geist in der Materie. Ihr seid jetzt an der Krümmung des Flusses angekommen. Blech... Blechgesichter. Verschleunigte Blechgesichter. Warum Teilchen beschleunigen? Wenn euch das Lebendige sowieso schon Lichtgeschwindigkeit mit in die Wiege gelegt hat. Entschleunigt euren Mind. Hau! Für eure Einsicht. Schickt euch Money to diese Banane hier. Banane? Da steht was drauf. Ja, Moment. CCC, was soll das heißen? Ja, CCC, CCR Chaos Computer Club. Los, lesen sie weiter. Vielleicht können die uns hier rausholen. Okay, CCC. Euer Bimmel laschen Rettungsseils. Rück nach oben ins Mutterschiff. Das Codewort lautet Entschleunigungsbeschleuniger. Verstehen? Einsteigen, nachleben, aufsteigen. Entschleunigungsbeschleuniger. Entschleunigungsbeschleuniger. Da fangt Männchen. Da tränen, alfer Männchen. Hähne auf den Mist. Dann ändert sich das Wetter auf der Erde. Und nichts bleibt mehr, wie es ist. Wähle deine Pizza ab jetzt. Bitte nur noch weise. Denn die Hölle ist doch kein gratis Klingelton. Danke. Lass diese Audio-Pizza dein Entschleunigungsbeschleuniger sein. Danke. 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 Danke.